Hier präsentieren wir die 5 besten Bohrschrauber Test. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Einhell Akku Bohrschrauber Set TECD18-40LiPlus 69 Sie sind auf der Suche nach einem Akku Bohrset, mit dem Sie mühlos bohren und schrauben können? Dann sind Sie bei unserem Einhell Akku Bohrset TECD18-40LiKit genau richtig. Der Einhell Akku Bohrschrauber hat ein maximales Drehmoment von 18 Nanometer und ist somit zum Bohren und Schrauben geeignet. Er ist mit einem 2-Gang-Getriebe für maximale Flexibilität ausgestattet. Die Bohrmaschine verfügt über eine Soft-Start-Funktion und ein LED-Arbeitslicht. Der Einhell Akku Bohrschrauber ist Teil der Power Exchange Familie, das heißt jeder Akku aus dem Power Exchange Sortiment ist mit diesem Bohrer kompatibel. Seien Sie handlich mit dem Einhell Akku Bohrer Set TECD18-40LiKit. Nummer 4 Makita HP 333 D-Sachs 1 Akkuschlagbohrschrauber Suchen Sie eine Schlagbohrmaschine mit hoher Leistung und langer Akkulaufzeit? Dann sollten Sie sich den Makita HP 333 D-Sachs 1 Akkuschlagbohrschrauber 12V Max 2,0A, 2 Akkus und Ladegerät im Transportkoffer Der Makita HP 330 D-Sachs 1 Akkuschlagbohrschrauber 12V Max 2,0A, 2 Akkus und Ladegerät im Transportkoffer verfügt über einen bürstenlosen Motor mit elektronischer Steuerung. Dieser leistungsstarke Motor bietet ein hohes Drehmoment und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Mit 18 Drehmomententstellungen kann dieser Schlagschreiber für verschiedene Schraubanwendungen eingestellt werden. Er verfügt auch über eine Bohrinstellung, sodass Sie ihn auch als Schraubenzieher verwenden können. Dieser Schlagschreiber ist mit zwei Batterien und einem Doppelladegerät ausgestattet, mit dem Sie beide Batterien gleichzeitig aufladen können. For more information Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Bosch Professional 12V System Akkuschreiber GSR 12V 15 Sind Sie auf der Suche nach einer praktischen und leistungsstarken Akkubohrmaschine? Dann sind Sie bei unserem Bosch Professional Akkubohrschrauber GSR 12-2, wie mit 39 Teilen genau richtig. Zubehörset 2X Akku 2,0A Ladegerät der leistungsstarke Akkuschreiber von Bosch Professional Klein und stark mit 12V und 2,0A Optimale Handhabung des Akkubohrers dank seiner kurzen Bauform von 169 mm Besonders bei Bohr- und Schraubarbeiten von oben und mit engen Bohrungen Bosch Professional GSR 12V 15 Akkubohrer mit 39 TLG Nummer 2 Einhell Akkubohrschrauber TE CD 18-40 Li Sie suchen einen Akkubohrer, der sich perfekt für den Einsatz zu Hause oder in der Werkstatt eignet. Dann sollten Sie sich den Einhell Akkubohrer TE CD 18-40 Li ansehen. Dieser Akkubohrer ist ein leistungsstarkes Arbeitstier. Er verfügt über ein 2-Gang-Getriebe mit 21 Drehmomentstiffen, perfekt für die Arbeit an einer Vielzahl von Projekten. Außerdem ist er mit einem 13 mm Bohrfütter ausgestattet, sodass Sie problemlos verschiedenes Zubehör aufnehmen können. Machen Sie sich Sorgen wegen der Batterien? Das muss nicht sein! Der Einhell Akkubohrschrauber TE CD 18-40 Li ist mit allen Akkus der Power Exchange Familie kompatibel und Sie können die Akkus in allen Ihren Power Exchange Produkten verwenden. Holen Sie sich mit dem Einhell Akkubohrer TE CD 18-40 Li einen leistungsstarken Akkubohrer, den Sie überall einsetzen können. Und die Nummer 1 unserer Liste Bosch Akkubohrschrauber EasyDrill 1200 Sie wollen nicht bohren? Sehen Sie sich unseren neuen Bosch EasyDrill 1200 Akkubohrer an. Der Bosch EasyDrill 1200 Akkubohrer ist perfekt für alle, die schnelle Projekte rund ums Haus erledigen wollen. Er eignet sich perfekt für Projekte, bei denen Schrauben und Bohrungen in Holz, Metall und Kunststoff erforderlich sind. Außerdem verfügt dieser Bohrer über ein LED-Dicht, das Ihnen beim Bohren in schlecht beleuchteten Bereichen hilft. Der Bosch EasyDrill 1200 Akkubohrer ist leicht und kompakt, sodass er einfach und bequem zu bedienen ist. Und dank der 20 Drehmomententstellungen können Sie Ihr Bohrerlebnis ganz einfach anpassen. Holen Sie sich noch heute den Bosch EasyDrill 1200 Akkubohrer für alle Ihre Heimwerkerprojekte. Vor mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.